Eine Woche lang werden Lukas, Nina, Axel und Paul an Bord eines Kriegsschiffs sein. Sie wurden dafür ausgewählt. Sie sind jetzt Ausbildungscouts. Heute die Helikopterlandung war am besten. Es war einfach cool zu sehen, wie es sein Helikopter auf dem fahrenden Schiff auf der Fragette landet. Er muss also bei einer Halbmeinung das Schiff sehen, sonst muss er abdrehen. Die Schwingerappenloth hat vielleicht eine Meile, aber die besser die Wärme, dass sie nicht auf die Rand. Hier ist es. Vielen Dank. Die Fregatte verfügt über zwei Bordhubschrauber. Gedacht für die U-Boot-Jagd, sind sie mit je zwei Torpedos ausgestattet. Heute landet zwecks Übung ein Flugschüler der Luftwaffe. Von einem ist aus wie aus so einem Film irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie gleichzeitig loslaufen, alles dort richtig schön festmachen und auf Zeichen wieder gleichzeitig zurückkommen. Das war wie ein Film, das fand ich total spannend, wie das abgelaufen ist. Nächster Tagesbefehl, RAS-Manöver. Tankvorgang mit dem Versorgerschiff Frankfurt am Main. Für die Sehversorgung gleicht die Fregatte Kurs und Geschwindigkeit dem Versorger an. Die Schiffe sind nun so nah beieinander, dass die Schraubensorgwirkung sie zueinander zieht. Der Abstand wird genau überwacht. Ein Seil wird von Bord aufs Deck der Frankfurt geschossen. An diesem Seil kann nun ein Stahlseil entlang geführt werden und an dem Stahlseil dann ein sehr dickes Stahltau. Der Tankschlauch selbst ist dick, damit er beim Tankvorgang nicht unter Druck steht. Falls durch Seegang die Schiffe auseinanderfahren und den Schlauch zerreißen, fließt so weniger Treibstoff an Deck. Ein Brand auf See wäre für das Schiff eine Katastrophe. Wasser und Tiefvorgang! Wasser und Tiefvorgang! Wasser und Tiefvorgang! Wasser und Tiefvorgang! Der Fregatte Niedersachsen kann sich gerne einrahmen. Der Fregatte Niedersachsen kann sich gerne einrahmen. Wasser und Tiefvorgang! 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 Vielen Dank.